Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem schönen Video, wo ich schön nass gemacht werde. Und da möchte ich vor allen Dingen erstmal sagen, danke Blackmonster für die schöne Nominierung. Und ja, ich werde die Herausforderung annähen und werde mir ein Eimer Wasser über die Hirsich kippen lassen. Und würde ich mal sagen, hallo, einen Moment noch, ich habe vergessen zu sagen, wer ich bin. Mein Name ist To Face For You. Ich weiß, der Name ist etwas komisch, aber vielleicht kennen mich noch ein paar Leute von den Let's Plays, eher gesagt, von Need for Speed 1 oder von so Horrorspielen. Mögen ja die meisten diese, wie ich mich erschrecke. Jetzt würde ich sagen, fangen wir an. Ist es bald? Ja. Oh Mann. Keine Elektronik rein. Was ist das? Husche! Heiß! Nein, kalt! Au! Ähm, ja. Und ähm, jetzt wo ich ja so schön nass bin, möchte ich direkt mal sagen, ähm, ich nominiere alle, die dieses Video schauen. Und ich hoffe mal, ihr macht mit mir alle nach und viel Spaß beim Nasswerden. Ich kann dann erstmal, äh, ähm, ins glühend heiße Feuer mich mal attrocknen. Und ich kann dann noch mal, ähm, ich will. Und ich kann dann mal, ich will. Und ich kann dann mal, ich will. Vielen Dank.